etwas ähnliches habe ich schon mal gesehen vielleicht beim ersten mal wo ich vermasselt habe und dann einfach ein loch eingefallen bin wieso das passiert ist mal wieder möchte ich nicht wissen ist zumindest äußerst komisch kugel kommt trotzdem mir sehr ungefallen nah nicht so nah bitte du machst mir angst nein wir brauchen den violetten das ist auch gut dann habe ich umsonst meine maske geopfert das ist äußerst super schauen wir mal rot und nur wer braucht welchen edelisch dann brauchten wir da sie müssen wir eine maske so ein katastrophales level wie ich es hasse da oben war ein leben möchte ich ich habe das maximum aber ich möchte das leben unbedingt genauso wie das doch noch ein leben so habe ich das gefühl dass jemand will dass wir hier unbedingt sterben hier brauchen wir auch so eine art violetten das ist schön es ist es nicht ganz so schön denn es bleiben nur noch die level übrig die ich ja so gerne habe ich glaube das ist der nächste den wir machen können ist er das ja das ist er das ist wohl mit längste level club ne das auf dem dach ist das längste mit das ist wohl eher das nervigste und komplexeste level ganzen okay da war das springen klein wenig ungünstig geschafft so will ich das nennen ja ich will mir fix meine maske wieder die steht das schön am anfang genau geht mal her danke man weiß ja nie was ich bei tnt kisten auffüren da möchte ich auf nummer sicher gehen gut nächster versuch da drin da war ich zu vorsichtig dass ich nicht über die kiste hin überspringen das machbar ist es die andere frage na ich möchte es nicht ausprobieren ist mir relativ auch egal ob man es schafft hauptsache ich komme hier durch die warte mal noch und dann geht es nach drüben was ist denn das das mache ich da schon wieder für einen käser das ist ja eine katastrophe ich möchte meine maske wieder denn ich bin mir bei den tnt kisten trotzdem nicht so sicher ob ich das überlebe bitte masken schaffe ich es zumindest und hey die könnten wahrscheinlich auch um kass das level sehr hilfreich sein ich glaube dass sie einfach nur die gefahr zu hoch dass man irgendwo runterspringt da kann mir die maske auch am ende nicht mehr helfen aber egal eben ja ich nehme lieber für die stelle eine maske denn ich weiß wie gut ich mich bei solchen stellen anstelle und ja einfach nur vorkehrung vorkehrungen diesmal aber ok diesmal sind wir sogar über diese stelle hinaus gekommen möchte ich die kisten jetzt schon kaputt machen die kisten hätten wir die kann man schön sicher kaputt machen ohne dass man vorbeispringt das ist schön gut die erste große hürde hätten wir geschafft nur es gibt noch schlimmere die auf uns noch immer warten ok ja gut wir kriegen eine neue maske finde ich sehr gut ich mag das level gar nicht auf 100% das ist das ist eine katastrophe ist und bleibt eine riesige katastrophe ok ähm gut da oben ist in dem fall steckt sehr schön das war es wieder mit der maske und ich bin mir schon eigentlich ziemlich sicher dass ich die maske wahrscheinlich auf jeden fall brauchen werde gut checkpoint das so gut steht dass ich ihn höchstwahrscheinlich einweilen werde oh das ist das ist das ist eine folter ne äh gut ne 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 ernsthaft gut 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 okay ach ja genau oh mein Gott eine Katastrophe aber sind durch mit allen Kisten schön was für eine Katastrophe gut dann fehlt nur noch ein schlimmes Level oh ein edle Standtier der ist sogar brauchen das ist sehr schön und wir hatten die Hälfte ähm hm ich habe keine Maske mehr Maske wird mir auch nicht sonderlich viel helfen im Level wahrscheinlich daher ja werden wir mal ein paar Runden failen da ich weiß das wird nicht ohne Fels ausgehen gut dann mal konzentrieren dass das Level so schnell wie möglich unter mich gebracht wird nur ich weiß das wird nicht der Fall sein dass es schnell gehen wird ähm ja da kenne ich mich schon zu gut gut hm das ist der Spaß genau das sind wir durch gut ah nitrosprio Level schön gut 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 sind wir schon mal hier das ist das ist das ist schon mal gut haben wir einen kleinen Teil schon geschafft äh jetzt gehts nach oben da ist so äh mhm das Schlimmste hier jetzt einfach ganz schnell jetzt einfach ganz schnell hier hoch gut ok ok wir sind schon mal hier gut gut ähm es geht gut ähm es geht guten Weg nach oben bis jetzt auch und man kann sich dahinter stellen das sie auch noch nicht bis jetzt läuft's noch erschreckend gut hm ich hab keine Maske hm ich hab keine Maske hm hm uah das ja war ein äußerst tiefer Fall so wir sind oben hm da habe ich jetzt viel Glück gehabt ein ein Vogel ok da kommt dann der Nächste ha ha gut gut hu sind schon ein gutes Stück gekommen nur es gibt ein Problem es wird nicht leichter ok ok ok